Liebe Zuschauer, ich möchte meine Gedanken mit Ihnen teilen. Das ist unsere Entwicklung von damaligen zu unserer Zeit. Ich wohne in kleinem Ort an Germund, nicht weit von Düsseldorf. Und diese Städtchen erst mal im 12. Jahrhundert erbannt von Kölner Erzbischof Philipps. Wie oft bin ich spazieren gegangen zum Anamundensee und niemals gedacht, dass Geschichte liegt unter den Fussen. Wie denken Sie, wie alt sind diese Steine? Kann sein, dass sie sind von damaliger Zeit oder ein bisschen später. Wie oft in unserem Leben gehen wir vorbei interessanten Sachen und merken gar nichts, wie viel können wir lernen von unserer Umgebung und gerade von Steinen unter unseren Fussen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie, wenn Sie möchten, unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Willkommen zu diesem Kanal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020